Hallo und willkommen zurück zu Breath Edge und wir sind dabei ums Überleben zu kämpfen. Denn wir quasi hier im Testobjekt oder Testversuchslabor von den Leutchen hier, aber wir müssen immer nicht trinken, versuchen quasi ums Überleben zu kämpfen. Dann probieren wir das mal aus, so warte mal, ich, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte, was wollte ich denn? Achso, Sauerstoffkerze erstellen, genau. Ich weiß, wir brauchen Sauerstoff, machen wir aber eben. Warte, so, benutzen. Gut, können wir noch eine erstellen? Äh, Gegenstände. Nein, wir brauchen nochmal Titan. Titan, okay, Titan. Titan, Titan, Titan. Da ist Titan. Titan, 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 Titan. Ich weiß, das ist noch ein großer Knobbel, aber unser... Aber unser Schläger neigt sich dem Ende und wir müssen was trinken, wir haben Durst. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, ganz schnell irgendwie was zu trinken zu organisieren. Äh. So, warte. Uah. So, Moment. Äh. Nein. Erstmal Sauerstoff. Gott, ich bin hier voll überfordert. So, und jetzt trinken. Wir haben sogar eine Wasserflasche dabei. Okay. Und jetzt vielleicht nochmal Wasser herstellen. Wenn das geht. So, warte. Äh. La, 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 la. So, warte mal. Ähm. Gut. Kann ich jetzt nochmal? Ja, sehr schön. Zehn Minuten, guck mal. Da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen überlieben, dann schaffen wir das. So. Erstelle ich erstmal Sauerstoffflaschen, das ist mir sowas von egal. So. Benutzen. Trinken. Trinken. Okay, das lasse ich mir fallen, das brauchen wir nicht. Verbesserte Taschenlampe. Ja, nice. Äh. Benutzen. Keine Ahnung. Was kann ich denn damit nochmal machen? Taschenlampe lädt auf, im Übrigen. Ähm. Den Knüppel packen wir hin. Wir brauchen einen Greifer. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Batterien sammeln. So langsam sind wir jetzt drin. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Titan würde ich auch nochmal mitnehmen, wenn wir schon einmal dabei sind. Okay. Okay. So. Das brauchen wir ja auch. Und Batterien natürlich. Ich nehme immer nur eine Kerze, weil ich da lieber auf Nummer sicher gehe, anstatt das äh. Doppelte zu verbrauchen. So. Dann lass mal gucken, dass wir vielleicht jetzt hier irgendwo noch ein paar Ressourcen finden. Oder Werkzeuge oder what auch ever. Die würde ich mal aufbrechen. Gut. Veredeltes Metall. Klebeband. Sehr schön. So. Unser Dings ist kaputt, ne? Unser Knüppel. Das heißt, wir müssen uns einen neuen bauen. Ich hoffe, wir haben die Ressourcen dafür. Ja. Ist ein bisschen nervig, ne? Aber gut. Langsam, wie gesagt, haben wir es ja, haben wir es ja verstanden schon zwölf Minuten. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das heißt, äh, so, Werkzeuge, Knüppel herstellen. Nice. Gut. Den packe ich mir schon mal direkt wieder auf die Eins. Und dann würde ich sagen, wir brauchen wieder Aluminium. Das heißt, ich muss mit dem Bohrer ein bisschen Aluminium farmen gehen. Ich hoffe, wir finden ein bisschen Aluminium auf den Asteroiden da drüben. Hoffe ich mal. Puh. Tu, 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 Aluminium. Wir brauchen Aluminium. Ich hoffe, die Entwicklung haben dran gedacht, dass hier in der Nähe noch ein bisschen Aluminium herrscht. Ja, ich weiß, dass Sauerstoff nicht unbegrenzt ist. Das ist auch gar kein Problem für uns, denn wir haben ja noch ein bisschen. Nicht mehr so viel, aber... Toll, da ist Alkali für Batterien. Das brauche ich jetzt gar nicht. Ich brauche ein wenig... Da. Das brauche ich. Aluminium. So, dann bauen wir das mal ab. Hui. Ja, das DLC ist übrigens kostenlos für alle, die das Spiel besitzen. Kann man das kostenlos sich holen. Und, äh, oder was heißt es, ich hole, das installiert sich, glaube ich, automatisch mit, sobald man das Spiel, glaube ich, installiert. Ähm. Genau. So. Ähm. Ja, jetzt haben wir keinen Bohrer auch mehr, aber wir können jetzt wieder ein paar Sauerstoffkerzen herstellen. Das heißt, wir müssen... Da drüben sehe ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Aluminium. So, ich düse mal eben schnell hin. Moment. Ah, ne, ich wollte Sauerstoff nehmen. So. Benutzen. Und dann stellen wir wieder ein paar her. Das wird jetzt ein bisschen nervig, weil wir jetzt halt die ganze Zeit erstmal so ein bisschen drauf gepocht sind, dass wir jetzt auch Sauerstoffkerzen brauchen. Aber wir müssen es ja haben. So, dann brauchen wir einen Bohrer. Batterie und dickes Isolierband. Uiuiui. Batterie und dickes Isolierband. Ich hoffe, wir kriegen das hier irgendwo. Batterie und dickes Isolierband. Äh. Batterie kriegen wir das Alkali. Haben wir aber nicht. Können wir nicht abbauen, weil wir keinen Greifer haben. Ähm. Puh. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie... So, warte mal. Benutzen. Dickes Isolierband. Und irgendwelche Kästen öffnen oder so, die uns vor die Nase rumschwirren, wenn wir welche finden. Wenn wir welche finden würden. Das wäre halt noch ganz toll. Ein bisschen schwierig gerade zu sehen. Ich probiere gerade mal hier irgendwie mich zu orientieren. Aber irgendwie... Warte mal, ist das Aluminium? Ne, ist Titan. Da ist ein Kasten, oder? Ist da irgendwas drin? Ja. Das sieht gut aus. Aber da ist kein dickes Isolierband. Das ist blöd. Hier sind noch Kästen. Ich hoffe, wir finden irgendwas hier Interessantes drin. Uah. Uah. Moment. Bitte was? Bitte was? Eine von den Kugeln hat Sprengstoff drin? Das glaube ich nicht. Das ist gelogen. Ja, Isolierband. Und eine Sauerstoffkerze. Auch noch. Sehr schön. Ich frage mich, was nach den 30 Minuten passiert. Okay, wir brauchen einen... ...Knüppel. Wir müssen auch gleich was trinken. Haben wir denn noch was zu trinken? Nein. Zu essen auch nicht. Müssen wir auch mal so ein bisschen jetzt aufpassen, dass wir... Äh, komm her. Äh, komm her. Ich komm nicht dran. So, jetzt. Ich klicke wie verrückt auf die Maus. Hat man wahrscheinlich gar nicht gehört im Hintergrund. So, dann nehmen wir das noch mit. Das noch mit. Okay, Inventar voll. Das habe ich mir gedacht, dass das irgendwann passiert. Aber gut. So. Erstmal eine Sauerstoffkerze, damit er sich beruhigt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal erstmal eine Wasserflasche. Zwei Stück. Oder eine. Essen geht auch nicht, weil wir... Aber Nahrung brauchen... Ach, Eis brauchen wir dafür. Okay. Dann eine Sauerstoffkerze. Noch eine Sauerstoffkerze. Und... Das... Mehr können wir nicht machen, weil uns wieder eine Batterie, glaube ich, fehlt. Ja. So. Zweimal Gummi. Dann können wir nochmal Isolierband herstellen. Nice. Würde ich nochmal machen. Äh, so. La, 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 la. Nein, das war... Schwawarma. Oder wie das heißt. Schawarma. Das habe ich weggeworfen. Vielleicht liegt es hier nochmal irgendwo. Ich gucke mal eben. Das hatte ich irgendwo weggeworfen gehabt, ne? Oh nein, wo ist es? Da ist es. Ja, nice. Ich bin so doof. Die Ressourcen haben ja natürlich auch alle einen Sinn. So, warte mal. Ausrüstung. Gelbliches Wasser. Ihhh. Wie ist der denn drauf? Okay, so. Ähm. Nicht zu lange hier verbringen. Ich mache nochmal ein bisschen hiervon. Schere haben wir. Ist ganz toll. Wir brauchen aber, wie gesagt, noch Ausrüstung. Wir brauchen nochmal unsere Werkzeuge. Einen Knüppel. Ist ja alles kaputt gegangen. Wir müssen gleich was essen. Das würde ich jetzt als erstes machen. Wir brauchen Eis. Äh. Das ist erst nicht stackt auch, ne? Das Eis und so. Aber gut. So. Dann stelle ich jetzt mal eben schnell Essen her. Und trinken. Damit wir da auch wieder auf dem Damm sind. So. Dann esse ich jetzt erstmal was. Einmal trinken. Und dann muss ich jetzt Eis sammeln. Nochmal ein bisschen. Eis. Eis. Eis, Eis. 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 Okay. Stelle ich nochmal ein bisschen was her, damit wir voll sind. Mit Essen und Trinken. Damit es das jetzt nicht irgendwie auf die, auf die Nerven geht. Aber gut. Essen und Trinken ist, wie gesagt, jetzt nicht so relevant, so wie bei anderen Survival Games. So. 19 Minuten haben wir. Ist ja noch 10 Minuten. Mal gucken, was dann passiert. Ich bin gespannt. So. Warte. So. Äh. Erstmal. Ne. Hier. Sauerstoffkerze. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen was organisieren, ne? Wir haben nichts mehr. Wir haben. Ja, gar nichts mehr. Wir brauchen Sauerstoff wieder als nächstes. Bevor ich jetzt hier abnippel. Wir brauchen Aluminium und einen Bohrer. Einen Bohrer kriegen wir wo mit? Oh, fuck. Shit. Wir brauchen einen Bohrer. Äh. Wie stellen wir den Bohrer denn her? Ne Batterie. Oh je. Das ist jetzt Puh. Jetzt müssen wir gucken, das war eine Bohrer. Wir haben 20 Minuten. Es sind noch 10 Minuten, die wir jetzt noch überleben müssen. Das wird doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Oh, ich hoffe, wir finden eine Batterie hier in den Kästen. Ja. Wir haben eine Batterie. Da ist noch eine Batterie. Nice. Können wir wieder ein bisschen was herstellen? Weil wir brauchen auf jeden Fall. Da ist nochmal ein Knüppel. Da fliegen wir gleich nochmal rein. Weil wir haben jetzt keine Sauerstoffkerze mehr. Wir müssen auf jeden Fall jetzt was herstellen. Puh, das schaffen wir doch, oder? Das kriegen wir doch hin. Das ist doch jetzt möglich. Würde ich jetzt mal behaupten. So, warte. Das kriegen wir hin. So, Moment. So, benutzen. Ausrüstung. Gegenstände. Nein, Titan. Nein, was zu Ende? Wo ist... Ja, Titan. Uah. Schnell, 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 schnell. Ey. Ey. Egal. Egal. Schnell. Jetzt wird's ernst. So, schnell herstellen. So, dass wir wenigstens erstmal Sauerstoff haben. Puh. Nicht abnippeln. Jetzt brauchen wir wieder Aluminium. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Batterie für Bohrer. Genau. Und damit holen wir uns jetzt erstmal Aluminium. Was wir gesehen hatten. Wo war das? Wo hatte ich das Aluminium gesehen? Da. Weil ich will jetzt nicht hier vor kurz, vor knapp oder vor Ende quasi abnippeln. Wir haben kein Dings mehr. Komm schon, 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 komm schon. Schaffen wir. Puh. Weil jetzt so kurz vor Ende, vor 30 Minuten, das will ich jetzt nicht hier irgendwie, ne? Ihr versteht schon. Da ist nochmal eine Kiste für Batterien. Das ist super. Äh, Gegenstände, nein, wir brauchen eine Batterie, nein, äh, fuck, shit, komm, Batterie, ja, 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 wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie Batterie, aber da brauchen wir Alkali für. Komm schon. Oh, Alter. Erste Hilfekästen haben wir auch. Was brauchen wir denn jetzt noch für eine Sauerstoff? Batterie. Okay, wir brauchen Batterie. Wir wollten da oben hin. Oh, jetzt wird's aber, puh. Wir brauchen den Greifer, dann könnten wir Alkali halt organisieren. Dann können wir uns Batterien selber herstellen, aber wir haben den Greifer noch nicht. Ich weiß nicht, wo der rumschwirrt, der Greifer. Vielleicht finden wir den ja hier, schauen wir mal. Ja, ich weiß. Nein, ich brauche eine Batterie. Nein, wir haben kein Dings mehr. Nein, das war's. Das war's, das hat sich erledigt. Wir können keine, oder ist hier noch eine Sauerstoffkerze irgendwo, die ich übersehen habe? Da ist ein Radio und wir können es nicht aufbrechen. Nein. Doch, Moment. Oh, jetzt aber. Ich nehme mal eben schnell ein Medipack. Das schaffen wir, komm. Das kriegen wir hin. Das, 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 das schaffen wir. Das, davon bin ich überzeugt. Jetzt nicht abnippeln, kurz vor Ende. Ich muss es auch wieder unheimlich spannend machen, ne? Na komm. Äh. Nein. Oh nein, Gesundheit. Oh nein, heil dich. Nochmal heilen. Oh, Alter. Ui, 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 ui. Titan brauchen wir jetzt. Äh. Titan. Titan, Titan. Da ist Titan. Titan. Nochmal eine Sauerstoffkerze herstellen. Boah, da werden wir noch 5 Minuten, müssen wir noch. 5 Minuten müssen wir noch überleben. Das schaffen wir doch wohl, oder? Das werden wir doch wohl hinkriegen, oder? Ich stelle nochmal direkt eine her. Jetzt brauchen wir schon Batterie, ne? Ja, war klar. Und jetzt versuche ich nochmal irgendwie Batterie zu organisieren. Da ist auf jeden Fall ein Kasten. Titan nehme ich nochmal mit. Ja, Batterie. So, äh. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Irgendwas brauchen wir noch. Irgendwo finden wir noch eine Batterie, oder? Da ist noch ein Radio oder ein Kasten. Vielleicht ist da noch eine Batterie drin. Ja, nice. Okay. Puh. Das jetzt noch so knapp wird, noch so kurz vor Ende. Diese Zahlen, diese, diese, die, die Uhr da oben, die soll immer schneller laufen. Das ist doch unglaublich. Unfassbar. Mann. Ja. Oh, da unten ist noch ein Kasten. Den können wir gleich noch aufschlagen. Dann können wir vielleicht nochmal eine Batterie. Aber wir brauchen, glaube ich, bestimmt gleich Aluminium. Pass mal auf. So, wie ich mein Glück kenne. Wie viel Aluminium haben wir denn noch? Zweimal. Ja, wir können zwei herstellen. So. Benutzen. Okay, wir brauchen jetzt Aluminium. Wir müssen auf Aluminium-Tür gehen. Ähm, wo kriegen wir noch Aluminium her? Was? Oh, wir müssen trinken. Oh! Jetzt werde ich sterben. Am trinken oder was? Äh, äh, Eis, 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 Eis. Ja, 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 ja. Schaffen wir jetzt nicht verdursten. Oh, er verliert auch Sauerstoff dadurch, oder? Kann das sein? Oh Gott. Das ist ja hier. Mein Gott, das ist ja richtig heikel. Mann. Eis brauchen wir. Eis, Eis, äh, Eis, komm her. Huch, wo ist es? Da. Wir brauchen Aluminium. Kinders, wir brauchen Aluminium, sonst sterben wir. So kurz vor Ende. Wir haben keine Sauerstoffkerze mehr. Wir haben nichts mehr. Und wenn wir jetzt kein Aluminium finden, dann war es das. So kurz vor Ende. Ich sehe auch kein Aluminium. Oh nein. Das, das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Das wir jetzt so kurz vor Ende wahrscheinlich jetzt abnüppeln werden. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Das war's, Kinders. Das war's. Wir werden sterben. Wir werden sterben, weil wir kein Aluminium finden. Nein. Nein, das gibt's auch nicht. Ja. Das war's. Das heißt, es nicht wahr, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch... Nein, warum so kurz vorher? Uff. Hä, warum steht da 60 Minuten? Was zur Hölle? Technikraumanzug. Was? Ach so. Das haben wir jetzt einfach alles, oder was? Ein Greifer. Ah, irre. Ein Bohrer. Irre. Ja, warum denn nicht? Oh, wir sind jemand anders. Kann das sein? Das Gesicht ist ganz anders. Strahlen. Du kannst die Kraftingmaschinen wie diese, um die Ressourcen zu verwendet. Strahlen. Brave Edge. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.